Glauben, Denken, Glaube und Denken zusammenzubringen, das machen wir in Vorträgen. Jeden Montag gibt es einen neuen Podcast, YouTube-Kanal und wir bringen Wissenschaftler ins Gespräch mit der Bibel und mit unserer Zeit. Naturwissenschaftler, Geschichtswissenschaftler, Theologen, Bibelwissenschaftler, Philosophen. Uns vereint das Anliegen, dass wir den Menschen den Weg öffnen möchten für ihren eigenen Glauben, der aber begründet ist. Das sagt auch die Bibel, 1. Petrus 3, Vers 15 heißt es, seid alle Zeit bereit, Rechenschaft zu geben, Antwort zu geben. Apologia steht da, also apologiefähig zu sein, antwortfähig zu sein über die Hoffnung, die in euch ist. Dazu soll Glauben, Denken helfen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr es weiter sagt an viele Menschen, wenn ihr es einsetzt im Religionsunterricht, in Jugendkreisen, in Hauskreisen, in Gemeinden und merkt ja, dass der Glaube nicht nur eine Sache des Gefühls ist, sondern dass Verstand und Glauben sehr wohl zusammengehen können, auch in unserer Zeit. Und dann geht's. Vielen Dank.